Toll. So. Ähm, ja. Willkommen im Teil 2, wollte ich gerade sagen. Ist ein bisschen daneben gelaufen. Den nächsten Toritalia, mhm. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Da ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Ja. Dir teile ich heute das HLF Florian 6 zu. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Ja. Bis auf weiteres bist du heute auch für den Innendienst zuständig. Das bedeutet für dich, dass du dich nicht zu weit von der Wache entfernen darfst. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit. Und passt auf euch auf. Na, danke. Keine Absicht. Oh, ja. Oh, ich treffe mal zum ersten Mal auf Menschen. Florian 6. Erstmal moin und erstmal willkommen zum zweiten Teil. Ich hatte gerade so ein paar technische Anlaufschwierigkeiten. Warum auch immer. Ich muss da jetzt mal einmal in die Einstellung. Der Feuerwehrton ist nämlich viel zu laut. Die gesunde Autosstärke. So. Okay. Sonst könnt ihr mich nämlich nicht mehr hören. Ähm, wir sollten gucken, ob die Autos getankt sind, hat er gesagt, ne? Yeah. Ein volles Auto. Ähm, was hat er jetzt gerade gefragt? Habt ihr das gehört? Moin. Ich hab'n Beifahrer. Keine Ahnung, was ich hier getan habe. Ich kann auch rennen. Ja. Warum ist denn meine Energieanzeige so weit? Da ist er eigentlich recht. Nein. Das hat er jetzt nicht gefragt, oder? Moin. 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 Hat er das jetzt gefragt, was ich jetzt gehört habe? Moin. Moin. Alles senkrecht? Äh, ja, der fragt mich echt, ob alles senkrecht ist. Moin. Liebe Leute, ihr habt das gehört. Er fragt mich, ob alles senkrecht ist. Welche Frage, wie soll ich diese Frage jetzt beantworten? Äh, ja. Lassen wir das. Guten Morgen, Morgen. So viel Viagra kann ich gar nicht fressen, dass ich alles den ganzen Tag senkrecht hab. Aber lassen wir das mal. So, cool. Morgen, Morgen. Alles senkrecht? Ja, es ist alles senkrecht. Ey, boah, ey. Morgen, Morgen. Was seid ihr für blöde Kollegen? Guten Morgen. An die Einsatzkräfte Florian 1, Florian 2 und Florian 6. Guten Morgen. Aus dem Gewerbegebiet kam die Meldung rein, dass ein Müllcontainer in Brand geraten ist. Kommt, wir wollen hier nicht auf Rente gehen. Alle Einsatzkräfte, wir gehen sich umgehend dorthin. Florian 6 an den Gang zu. Kommt, leg mal den Zahn zu. Boah, ey, macht nicht so einen Stress wegen so einem Müllcontainer oder was? Ja, 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 ja. Kommt, leg mal den Zahn zu. Ey, warum machen die jetzt so einen Stress, dass auch ein Müllcontainer brennen, oder? Moin. Hab ich nicht, Florian 6? Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Ich suche mein Auto. Ach, da ist es ja. Du solltest vielleicht mal das Blaulicht einschalten. Ach, ey, nur noch Kommentare geben hier. Ja, ist das geil. Stress am Morgen. Vertreib Kummer und Sorgen. Ja, komm, geh weg. Wir sollten vielleicht mal das Licht anmachen. Ah, ins Gewerbegebiet müssen, wa? So, wir müssen in ein Gewerbegebiet. Ich mach mal das Lalalala aus, sonst kann man mich ja gar nicht hören. Da wirst du ja bescheuert. Meine Fresse. Dann fragt er mich doch echt glatt, welch, ob alles senkrecht ist. Finde mich in meiner eigenen Feuerware nicht zurecht. Ich hab meinen ersten Tag, ey. Ups. Ja, das ist, wenn der... Wenn die hier einbrennen. Dann schauen wir mal uns diese ganze Situation mal an. Ui. Spielstand wurde gespeichert. Wie schön. Na, wir mal gucken. Wollt ihr Tatütata hören? Ja. Stress in the morning. Brrrt. So, dann machen wir das Horn mal wieder aus. Oh, da brennt ein Müllcontainer. Sowas aber auch, Leute. Ich glaub, wir brauchen ein bisschen Wasser, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Die Kollegen, die stehen hier einfach nur dumm rum. Dazu holen wir uns ein... Hohlstrahlrohr. Mann. Und schließen das Röhrchen an. Da wollen wir das doch mal ausmachen hier. Das ist doch scheiße. Das brennt ja hier. Was soll denn der Käse? Was soll denn der Käse? Geht ja mal gar nicht hier, ne? Dorian 6 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Wie, das war schon? Geht den Einsatz hiermit ab. So viel Stress wegen so ein bisschen Feuer, ja? Das habt ihr jetzt mitgekriegt, ja? Und habt ihr die Kollegen gesehen? Die helfen überhaupt nicht. Schweinebacken. Packen wir den Scheiß mal wieder drauf. Toll. Erster voller Einsatz. Uh. Cool. Schön habt ihr das gemacht. Oh, oh. Irgendwann hab ich ne Ampel geküsst. Naja. Ähm, ja. Ich würde ja mal von der Straße gehen, sonst überfahre ich dich, du. So, Blaulicht braucht man nicht mehr, oder? Ist das schön, ist das schön, ist das schön. Wenn die Freude so lang ist, ist das schön. Oh, ey. Ein Tunnel-Karte-Lied. Aha. Ja, wir sind hier schon bei 8 Minuten. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Wir sind ja auch schon wieder da, ne? Oder wie, oder was, oder wie, oder wie, oder wie, oder wann, oder warum. Ja. Lü, 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 lü. Ist die Ampel jetzt rot? Ja, Jürgen, die Ampel ist rot. Uuuuh. Oh, ey. Die hat ne aber geile Bremse. Die geht überhaupt nicht. Ich glaube, das war ne Story-Mission. Die erste. Schauen wir mal. Lala, lala, lala. Florian 6 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Sehr gut. Nochmal soweit. So, bleiben wir einfach mal hier stehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich keinen Bock habe, in die Halle zu fahren. Ja, es ist alles senkrecht. Oh, diese Frage wurde mir noch... Vorsicht! Vorsicht! Stell dich mal nicht so an, äh. Maltes Monster. Ey, sind die Kollegen hier nett? Keine Absicht. Ach, schön. Finde ich gut. Wie geht's? Ja, gut. Und dir? Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. So, dann geht der Jürgen jetzt mal aufs Klo. Ich glaube, das ist das Damen-Klo, ne? Ähm, ja. Oh, die Waschbecken sind ja noch gar nicht dreckig, ne? Dann machen wir mal ein bisschen die Wasserhähne auf. Lalalalalala. Ja, gut. Wie geht's? Ja, geh aus dem Weg. Los, zack ich hier. Na. Ja, mir geht's gut. Nein. Gut. Ey. Alles senkrecht? Nein. Hallo. Mahlzeit. Mahlzeit. Tag. Aha, oh, kleiner Raum. Hallo. Keine Absicht. Sehr schön. Alles senkrecht? Ja. Ich möchte diese Frage gleich nicht mehr hören. Pass doch auf. Pass doch auf. Warum mache ich jetzt hier alle Wasserhähne auf? Hm, ja. Äh, das ist so eine Vorgabe von dem Spiel. Man soll in einer Schicht versuchen, alle Wasserhähne auf dieser Feuerwache zu öffnen. Das mache ich gerade. Hallo. Alles senkrecht? Hallo. Geh doch an die Seite. Alles senkrecht? Wie geht's? Ich weiß zwar nicht, warum der Klamotten duscht, aber lassen wir das mal. Hi. Alles senkrecht? Ist hier ein Stress in der Hütte? Halt. Vorsicht! Vorsicht! Ist immer besser wie Nachtsicht. Wie geht's? So, ich hab mal gehört, man... Oh! Oh! Schön! Ich nehm jetzt nicht die Treppe. Ich weiß gar nicht. Wisst ihr doch, wo ich mein Auto hab? Ja, jetzt kommt, wenn man hier mit dem Wasserhahn rumspielt. Nö. Leck mich. Lüla lala lala lü lala. Bleibst du wohl stehen? Oh! Na, nü, na, na, die Feuerwehr ist da. Und wir laden wieder dazwischen. Ja, Leute, ich... Der Spielstand wurde gespeichert. Aha, hier geht's wohl rein. Und das geht einer voll auf die Nüsse, oder? Ja, euch auch? Ey, wir erschrecken doch hier nur die Tiere, wenn wir hier so will. Krach mal hier im Wald. Guck mal, hier sind Tierchen im Wald, cool. Die wollen wir doch nicht wohl verschrecken hier, oder? Florian 6 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. So, ihr Lieben, und wie das dann weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Wir sind jetzt an der Einsatzstelle und löschen du mal morgen. Bis später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.